Musik Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ... 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 Ja, aber was denn nicht? Ja, was pflegst du denn vor? Ja, versuch mal vor. Auch egal, das hätte ich mir da immer so wilde Lieder, das würde ich mir überlegen. Sing auch mit. Was singt er denn? Drei weiße Tauben. Hermann Lönz. Er kann sich das auch so mal versinken. Ja, genau. Ja, und was suchst du dir aus? Ja, wie gesagt, drei weiße Tauben. Drei weiße Tauben. Drei weiße Tauben, die machen so hoch. Drei weiße Tauben, die scheißen mich zu. Ja, aber es war schon ganz gut. Der Text ist mir nicht so ganz gelaufen, aber du hast das recht toll. Ja, ich kann das ja noch besser ließen. Ja, komm, du darfst doch mal reinpassen. Okay, danke. Nee, darfst mal reinpassen. Ah, super. So, vielen Dank. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, schönen Namen noch. Ne? Sag ich war es. Vielen Dank. Du hast jetzt aber noch gar nicht gesagt, wo du herkommst. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin Tourist. Ah, aber mir passt sie dann. Wo kommt der in Nordrhein-Westfalen? Ich bin im Moment dann auf Besuch hier beim Cousin, deswegen. Wie heißt der Ort nicht? Wer ist denn? Siegerland. Das ist nicht bei Köln da so. Siegerland. Ja, ah, das ist ja welche kennen. Ich glaube, jetzt war ja mit dir. Danke. Bitte und gut. Danke. 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 Danke.